in der Weise, wie kommuniziert oder gehandelt wird. Und habe da festgestellt, dass jeder eigentlich davon ausgeht, dass sein Zustand, wie er mit seinen Chakrendrehungen lebt, weil er sein Leben lang gewöhnt ist, die gesunde Variante ist. Und dass die Menschen spüren, der tickt gleich wie ich. Also verschiedene Menschen haben Störungen im Sexual- oder Sakralchakra und die solidarisieren sich dann und stellen eine Kraft, die die Korrektur nicht zulassen will, über eine Form von Solidarisierung. Eigentlich, muss man sagen, dasselbe Missbrauchsmuster lebt und es wie kollektive Magnetfelder sind, wo regelrecht ein Kampf stattfindet, der sich aber irgendwie in die Richtung durchsiegert. Ich kriege es nicht genau auf den Punkt. Ich nehme mal zwei Sprichworte, da sind die Erklärungen drin. Es gibt ein Sprichwort, Gleiches gesellt sich zu gleichen. Ja, das ist klar. Das ist ein Resonanzphänomen. Sie würden ja auch am liebsten mit Menschen umgehen, die ähnlich denken wie Sie. Und stellen Sie sich vor, jeder wäre jetzt seine eigene Partei und wir müssten uns so auseinandersetzen, wie wir es immer erleben, wie die Parteien sich die fetzen. Es macht ja keinen Spaß mehr, sich immer auseinanderzusetzen. Also solidarisiert man sich und klumpt sich zusammen. Gleiches gesellt sich zu gleichen. Jetzt gibt es aber fortschrittliche Seelen. Und die sagen, da kann ich ja nichts mehr lernen unter meinem Gleichen. Ich kann bei den anderen lernen. Und dann kommt das Sprichwort, Gegensätze ziehen sich an. Es gibt beides. Und nun sprechen Sie die Chakren an. Und die Chakren sind ja der Sitz der Seele und der Ausdruck der geistigen Kraft, die sich in uns manifestiert. Und die Chakren sind ja tatsächlich die Energiefelder und Muster, die Feinsteuerung des gesamten Organismus übernehmen. Und jede Chakra hat bestimmte Aufgaben. Und so gibt es tatsächlich Menschen, die sich zusammenfühlen, weil sie vielleicht die gleichen Frequenzen im Herz- und im Halschakra haben und dann können sie sich gut über die Liebe und die Harmonie unterhalten. Aber haben Defizite in den anderen Bereichen und dann lachen die anderen darüber. Guck mal, seine Liebenswürdigkeit bringt doch nichts. Der hat überhaupt gar kein Geld. Der hat gar keinen Willen, überhaupt Geld zu machen und Geld zu verdienen. Und das heißt also, ein hochentwickeltes Chakra oder eine Gruppe von Menschen mit bestimmten gleichen Chakrenqualitäten muss nicht immer der erfolgreiche Mensch oder der vollkommene Mensch oder der gesunde Mensch sein. Dieses Thema ist übrigens sehr komplex. Ich habe gerade in meinem letzten Buch über Austherapierte geschrieben und wo ich gefunden habe, dass die Chakrenkommunikation, also die Verbindung der Chakren in jedem Menschen einzeln selbst von hochgradiger Bedeutung ist. Und dass bei bestimmten Ausfall ganz bestimmte Eigenschaften zutage treten, die, wenn die Chakren miteinander nicht mehr kommunizieren, es zu schweren Störungen kommen, die psychischer und physischer Natur sein können. Und wenn ich die Begriffe, die ich gefunden habe, aus ganz vielen Aufzeichnungen von Patientenblättern, vorlese und sage, was habe ich bei dir gefunden, das ist dein Problem. Ich sage, ich lese mir hier etwas vor, was wir gefunden haben. Und da sind so ein paar Begriffe dabei, dann sagen die, meistens alles stimmt. Da muss ich noch konkreter meine Frage stellen. Gerade im energetischen Bereich erlebe ich, wie zum Teil Autoritätsmacht oder energetische Räume, die die Person nicht einnimmt, von anderen Personen eingenommen werden. Also wenn jetzt eine Person zum Beispiel seine Männlichkeit oder seine Weiblichkeit nicht lebt, dass das dann stellvertretend der Sohn oder die Tochter macht und dass dort energetisch sozusagen sich einmal bedient wird und ein anderes Mal geliefert wird, habe ich auch beobachtet. Ich kann es aber nicht bis auf den Punkt nachvollziehen. Ich muss dazu aber erst mal etwas klarstellen. Wenn wir uns über Krankheiten und Missstände, die der Körper lebt oder die wir zwischenmenschlich leben, wenn wir uns darüber unterhalten, dann ist das nicht bei allen Menschen so. Nicht jeder Mensch ist therapiebedürftig. Und wenn er mal krank wird, wird er auch wieder gesund. Es geht bei dieser Frage ganz sicher um die Menschen, die von sich aus selbst, auch mit Hilfe von außen, nicht so richtig klarkommen und immer wieder in Probleme hineinkommen. Sei es im eigenen Körper Probleme oder in zwischenmenschlichen Beziehungen oder in Bezug zur Umwelt. Und da hat das kollektive Bewusstsein aller Seelen einen Weg gefunden und bringt diese noch unwissenden Seelen, die also echte Probleme noch haben in irgendeinem Bereich, zwischenmenschlich oder im eigenen Körper, bringt sie in Gruppen zusammen und das über mehrere Leben. Und so schaukeln die sich gegenseitig hoch, dass jeder mal das übernimmt und das. Und je enger sie miteinander verbunden sind, sagen wir mal Familienangehörige, tiefe Freundschaften oder meditierende Gruppen, umso intensiver ist der Austausch. Denn dieser Austausch läuft nicht nur verbal in der äußeren Welt ab, sondern auch in den tief unbewussten Schichten. Wir lernen auf der unbewussten Ebene viel mehr, als wir über die fünf Sinne lernen. Und so schaukeln sich die hoch. Es gibt die, ich sage es mal ganz brutal, die rotten sich zusammen oder werden in einen Verein hineingeschubt und sagen, ihr müsst jetzt die nächsten drei, vier, fünf Leben erst mal das klarstellen. Die Reinkarnationstherapie, und da gibt es seriöse Forschung darüber, die hat ja einiges zu Tage gebracht, dass also die Seelen, die noch einen großen Nachholbedarf haben, ganz schön gebeutelt werden durch Familienangehörige, durch Verwandte, durch Bekannte, Nachbarschaft und alles. Je mehr in diesem Zeug durcheinander geschieht und jemand von anderen abhängig ist, also die eigene Macht noch nicht gefunden hat, sondern machtlos ist, zum Spiel, weil anderer wird, das sind die Seelen, die auf diesem Gebiet viel lernen müssen. Da werden sich Leute finden, die sind hochintelligent, sind vielleicht Professor an der Uni und trotzdem haben sie im Familienleben ein Riesendrama, weil sie mit dem Zeug nicht klarkommen. Das hängt immer, wo wir unseren Nachholbedarf haben. Auch darüber habe ich schon referiert und auch in den Büchern geschrieben, dass es tatsächlich Menschen gibt, die hoch nach oben geistig streben, hochintelligent sind, aber für die Welt nichts taugen. Die sind Schmierfinken oder sind so blöd, dass sie mit den Grundbedingungen nicht klarkommen, dass sie trotzdem so hochintelligent sind. Und wie der andere gibt, die sind so robust und stabil, die können praktisch alles machen, ihr Körper wird überhaupt nicht krank, aber sie sind so doof, das Leben zu meistern. Dem fehlt es dann oben. Okay, dann habe ich jetzt noch eine kleine Anschlussfrage dazu. Und diese Dinge sind tatsächlich mit unseren Methoden, die wir entwickelt haben, testbar. Das lehren wir in den Anfängerkursen schon, wie man in den Chakren die Information heraussucht, wie man in den Chakren liest, wo hapert es im Bewusstsein. Ja, dann sind wir jetzt an dem Punkt, diese Dynamik der Zwischenmenschen. Also ich habe es in meinem Umfeld auch erlebt, dass wenn dann einer mal einen Schritt geht, dann gehen alle einen Schritt. Dann geht es so dynamisch weiter. Und wenn man dann das wieder in Frequenzhöhen sieht, kommt ja dann das Déjà-vu und die Synchronicität irgendwann ins Spiel. Können Sie da noch was dazu sagen? Nun, ich versuche es immer mit der physischen Welt erst mal zu beginnen, damit Sie das verstehen. Denn die physische Welt ist ein Abklatsch der geistigen Welt. Nur, dass wir in der physischen Welt noch unerfahren sind und hier viel Blödsinn machen. Oder mehr Blödsinn machen als in den Zwischenwelten. Es gibt ja hier einige Bereiche, die unverständlich sind. Zum Beispiel, einer schreit heil und alle schreien mit. Und wenn es sein muss, eine ganze Nation. Das heißt, wir sind ansteckbar von bestimmten Gelüsten oder Machenschaften von Menschen, die irgendwie mehr Einfluss auf die Masse nehmen können. und meistens arbeiten die in einer Gruppe zusammen, dass einer in Anführung, die stärken sich und diese Gruppe wird immer stärker und steckt alle anderen an. Bis zur Massenpanik kann das gehen oder dass alle heil rufen und unvernünftig handeln. Weil es ein kollektives Problem ist. Dieses Problem müssen wir auch in den Griff bekommen. Wir müssen lernen, nicht mehr uns von der Masse überrollen zu lassen, die jetzt im Bewusstsein emotional und unvernünftig reagiert. oder besonders sind Menschen da gefährdet, die streng religiös denken. Dass die von der Masse Gleichdenkender so überrollt werden, dass sie fanatisch werden. Fanatismus ist also die stärkste Form der Unvernunft, besonders in der Religiosität, weil Fanatismus ist ein Glauben ohne Liebe. Man verlässt die Liebe und geht jetzt rein in emotionale Ladungen, die aus der Masse kommen und kann nicht mehr harmonisch, liebevoll handeln. Und diese Ebene, die gibt es auch in Bereichen der wissenschaftlichen Denkung. Dass hier bestimmte Erkenntnisse als Doktrinen angesehen werden und die unumstößlich sind. Unumstößlich gibt es zum Beispiel ein Gesetz, man kann kein Patent anmelden für ein Perpeto mobile. Und jetzt hat jemand ein Perpeto mobile angemeldet. Nicht als Perpeto mobile, sondern hat es über ein Wärmetauscherprinzip angemeldet und nachdem es angemeldet war, sagt er, guck mal, da gibt es gar keinen Wärmetauscher. Ich habe euch reingelegt, ich habe das Patent, das ist ein Perpeto mobile. Veröffentlicht vor kurzem erst und jetzt wird also heftig diskutiert, also Perpeto mobile gibt es also doch. Das ist ein Durchbruch. So ist es in allen Bewusstseinsschichten, ob das wissenschaftliche Erkenntnis, emotionale ist oder Glaubensrituale, bis hin zu jeglicher Art von Heilkunde. Auch da gibt es Dogmen, die erst durchbrochen werden müssen. Und wie kriegt man ein Dogma weg? Indem man ein anderes Dogma erfindet. Gleiches hilft da wieder bei Gleichem. Ich will ihn mal eine Anwendung eines Dogmas nennen, eine Heilkunde. Da ist jemand, der hat eine schwierige Krankheit und geht nur von Arzt zu Arzt, von Professor zu Professor und nun hat er mehrmals von den Göttern in Weiß erklärt bekommen, du bist unheilbar krank. Wir können für dich nichts mehr machen. Solche Menschen gibt es. Sogar öfter als wir glauben. Das ist ein Dogma. Mit diesen Menschen kann man nicht heilen, wenn man nicht dieses Dogma auflöst. Ich muss also jetzt ein höheres Dogma erfinden. Und da gibt es zwei. Ich habe einmal den Typ, der ist religiös, gottgläubig. Und wenn ich den habe und er hat jetzt die Suggestion drauf, du bist unheilbar, also es ist ja sinnlos, dass er überhaupt die Hand auflegt oder ein Gebet miteinander macht, bringt ja nichts, das ist ja unheilbar, dann frage ich ihn, ob er an Gott glaubt. Ja, ich bin ja gottgläubig. Und für Gott ist alles möglich. Ist das dann möglich? Ja, für Gott ist alles möglich. Da habe ich gesagt, ich habe so mit über sieben Ecken über einen Helfer von Gott habe ich so einen Zugang gewonnen. Den könnte ich mal sagen, dass Gott hilft. Können Sie dir das vorstellen, dass sowas geht? Ja, warum nicht? Ich sage, machen wir das doch. Und dann zauber ich den ein paar Dinge davor, als wenn ich mit jemandem quatsche. Und dabei habe ich nur den Sinn, sein Dogma zu brechen. Er sagt, ja, jetzt ist er durch und das ist klar und das Licht ist da und Gott sagt, warum soll man den armen Menschen nicht helfen? und dann wird er geheilt. Sein Dogma weg. Jetzt kommt aber der andere und sagt, Gott glaube ich nicht. Na, was machen wir dann? Der hat die Programmierung da drauf, das Dogma. Ich bin unheilbar. Dann frage ich ihn, ob er an Wunder glaubt. Und ob sie es glauben oder nicht. Ich habe noch keinen Menschen gefunden, der nicht an Wunder glaubt.